aloha lieber steinbock ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner monatslegung für den april 2024 und wenn dich interessiert was denn in den verschiedenen lebensbereichen so auf dich zukommen wird dann bleibt doch jetzt einfach dran bis gleich yes hello lieber steinbock ich begrüße dich hier wie gesagt zu deiner monatslegung schön dass du dran geblieben bist und du bist hier vollkommen richtig wenn du den steinbock im mond venus oder auch aszendent hast und selbstverständlich eben sowieso in deinem sternzeichen wie du siehst habe ich hier schon drei kartentext vorbereitet mit denen ich hier heute legen möchte die genaue beschreibung der karten als auch die verlinkung findest du wie immer in der infobox so auch weitere informationen über meinen kanal ich habe mir für diesen monat auch wie für die jahreslegung ein neues lege schema sozusagen erarbeitet und das möchte ich nun ganz gerne mal mit euch teilen im april ich würde mich total darüber freuen wenn ihr mir auch ein feedback gebt oder auch einfach mal sagt ob ihr das gut oder schlecht findet aber eher mögt dass ich wieder ein großes blatt für euch lege oder ja oder ob ihr damit derzeit vielleicht auch mehr anfangen könnt jedenfalls lieber steinbock möchte ich auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen dass dies eben eine kollektive legung ist das heißt das kann auf dich zutreffen muss es aber auch nicht und ich rate dir immer um einen möglichst guten rundum blick auf den monat zu haben dass du dir da eben auch unbedingt noch deinen mond venus aber auch aszendenz zeichen an siehst und das ist denke ich jetzt auch ein ganz guter hinweis hier für die jahreslegung die ja jetzt alle raus sind ich werde hier oben rechts im eck noch mal die monatslegung verlinken also falls du die noch nicht gesehen hast für das jahr 2024 dann klickt da unbedingt mal drauf und dann kannst du dir diese eben ansehen ja und zwar folgendes ich werde hier sechs positionen für euch legen und werde euch jetzt erstmal die position genauer schildern aber dafür wäre ich jetzt erstmal hier die karten mischen und zwar möchte ich jetzt für die steinbock geborenen hier im april gerne wissen um was geht es denn hier als hauptthema was ist denn das hauptthema der steinbock geborenen die hier meinen kanal verfolgen und die jetzt hier gerade zu sehen ich hoffe es geht euch gut und ihr hattet eine gute zeit und also einen schönen märz auf jeden fall auch schon mal vielen lieben dank lieber steinbock für die vielen aufruf zahlen der monatslegung märz hat mich wirklich sehr gefreut okay wir haben hier die erste karte das ist dein hauptthema im april und hier wow hast du einfach mal die vier der münzen okay sehr interessant und hier in diesem tarot wird diese karte als macht bezeichnet und da wir die erste karte jetzt haben da die gesprungen ist werde ich jetzt die nächsten karten nur hier vom stapel abheben ich habe das das ist wie so eine art abgespeckte version von der jahreslegung von von diesem system und deswegen möchte ich hier jetzt ganz gerne bei position nummer zwei wissen um was geht es denn hier für dich in sachen liebe beziehungen und vor allem eben auch wenn du in dein familienleben schaust also wenn du kinder hast oder selbst hier als kind auf deine eltern vielleicht auch schaust dann ist das hier genau der richtige raum um hier eben informationen draus zu ziehen und bei dir geht es in in sachen liebe um die sechs der münzen also um den erfolg sozusagen und ich habe hier die karten von schack spezzano weil ich ganz gerne in sachen liebe noch für dich zusätzlich hier eine themenkarte springen lassen möchte welches thema hat denn der steinbock geborene hier in sachen liebe im april um was geht es denn für dich welche botschaft möchte sich denn hier für dich zeigen und du hast jedes thema der verpflichtung und es ist aus der kategorie heilung okay dann möchte ich nun als nächsten aspekt hier den punkt nummer drei beleuchten und da geht es um deine freizeit aktivitäten hobbys freunde was gibt es da für dich im außen für dich zu wissen im april was deine freizeit aktivitäten deine hobbys und eben auch deine freunde und bekannte angeht eine karte bitte wenn es geht so war die kam ist richtig ausgeschossen wow und hier hast du die zehn der kelche sehr sehr schön ich hoffe ihr könnt es so sehen ja so als nächsten punkt möchte ich hier ganz gerne die position nummer vier erläutern und da geht es um deinen beruf und deine arbeit aber auch um das geld um die finanzen und hier möchte ich nun ganz gerne wissen um was geht es denn hier für die steinbock geborenen die hier dieses video schauen in sachen beruf arbeit aber auch finanzen was macht diese sparte im april aus und hier haben wir die neuen der schwerter in diesem tarot ist es die grausamkeit okay dann als nächste position fünf möchte ich hier gerne für dich wissen was darfst du denn für dich genau noch wissen also für dich an in sachen persönlicher weiterentwicklung oder eben auch positive und negative aspekte die sich eben für dich im april zeigen werden was darfst du für dich sehr sehr persönlich wissen welche botschaft möchte hier für den steinbock raus was darf ich dir hier überbringen und wir haben den kaiser also das ist hier der herrscher sehr sehr interessante legung gut dann die grundeinstellung beziehungsweise die energie die dich am meisten vertreten wird im april das zeigt jetzt hier das outcome und da möchten wir jetzt mal reinschauen und hier hast du den mond also die luna energie ok jetzt bevor ich mit der deutung beginne habe ich mir hier noch ein weiteres kartendeck rausgesucht wo wir gerade beim thema mond sind das ist eigentlich ganz gut und zwar sind das hier diese ganz goldigen karten die mond mantras und das sind so kleine momente der achtsamkeit und hier möchte ich ganz gerne noch eine oder vielleicht auch mehrere karten springen lassen für dich lieber steinbock welche botschaft bildern hier noch raus für den steinbock für den april auf was darfst du denn vielleicht achten noch ein kleiner hinweis für dich und du hast hier so sieht es von hinten aus everything is going to be okay in the end if it's not okay it's not the end also den spruch kennt ihr bestimmt doch alle im deutschen also es gibt nichts wirklich schlechtes und vor allem ist es so am ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist oder hier eben auch nicht okay ist dann kannst du dir sicher sein dass es auch nicht das ende ist also das dient all den menschen hier für eine positive grundeinstellung oder beziehungsweise all den steinbock geborenen hier vielleicht ist das dein motto im april du kannst ja gerne mal schauen inwieweit dir dieser spruch hier eben auch weiterhelfen kann sehr sehr schöne energie wie ich finde und es ist ein sehr sehr schöne affirmation für dich für den april ja lieber steinbock dann möchte ich nun ganz gerne auch mit der deutung beginnen und zwar hast du hier bei deinem hauptthema im april die vier der münzen liegen und wie gesagt es ist in diesem tarot kartendeck eben die macht und bei vier der münzen geht es kurz und knapp gesagt hier um das das thema stabilität besitz vermögen und aber auch immer so ein bisschen das thema dass du sehr stark an irgendetwas festhält ja die vier münzen energie ist eigentlich auch eine schöne steinbock energie weil du lieber steinbock eins von den erdzeichen eben das bist welches am meisten die notwendigkeit in pflichten als auch stabilitäten im leben sieht du brauchst einfach eine gewisse stabilität in deinem leben um dich sicher und vor allem eben auch gut zu fühlen also wenn bei dir alles im chaos versinkt und alles irgendwelchen veränderungen unterworfen ist dann hast du eben auch oft das gefühl von chaos und das fühlt sich alles nicht so wirklich gut und richtig an du brauchst auch so ein bisschen so ein alltagstrott zumindest in gewissen lebensbereichen um eben wie gesagt auch das thema sicherheit und stabilität für dich eben auch im reinen zu wissen sozusagen und da das eben jetzt hier in deinem hauptthema liegt lieber steinbock darfst du auf jeden fall wissen dass es schön wäre oder auch gut für dich wäre im april mal ein bisschen den fokus von all deinen sicherheiten und stabilitäten mal hinweg zu nehmen und dieses erhöhte sicherheitsbedürfnis was du vielleicht auch ausgerechnet im april eben auch sehr stark bei dir spüren wirst dass du da eben auch mal offen bleibt tolerant bleibt was eben auch neue dinge in deinem leben angeht weil der april ist ja auch immer ein monat der eben auch unbedingt neues in unser leben bringt weil es ja sozusagen auch der erste monat im frühjahr darstellt und somit eben auch durch die energie von ostern auch so für jeden an sich so eine auferstehungs energie beinhaltet und vielleicht darfst du hier mal gucken wo es denn vielleicht für dich sinnvoll wäre hier vielleicht mal ein bisschen loszulassen und eben nicht alles danach zu entscheiden ob oder wie sich etwas für dich in sachen stabilität und sicherheit in zukunft auswirken wird sondern dass du da eben einfach wie gesagt ein bisschen spontan bleibst und dich hierdurch eben auch nicht selbst behindert ja weil die vier münzen ist eben auch so dieses festhalten und wenn du etwas festhält dann hast du eben einfach beide hände zu und bis gar nicht in der lage wirklich etwas neues zu empfangen ja also schau mal was könntest du denn in diesem monat eben auch loslassen damit hier eben auch mit der macht oder eben auch mit vier der münzen mit diesem symbol eben auch etwas in dein leben kommen kann was vielleicht dir noch mehr sicherheiten und ja halt einfach diese sicherheiten gibt nach denen du dich so sehr sehn ist ja interessant dann kommen wir mal zu dem punkt liebe beziehungen und familie hier hast du die sechs der münzen lieben liegen also auch wieder eine münzkarte das ist ja auch deine energie die kraft der münzen das ist eine sehr langsame energie aber dafür eben auch eine sehr stabile energie und ich sehe hier auf jeden fall so eine gewisse hilfsbereitschaft vielleicht bist du ein steinbock der ein sehr starkes streben danach hat es anderen recht machen zu wollen beziehungsweise vielleicht besitzt du auch so ein helfer syndrom in anführungsstrichen das ist ja tatsächlich auch schon ein bisschen eine diagnose also insofern bin ich da jetzt mal vorsichtig aber es kann schon sein dass du gerne dich um andere kümmerst und gerne lieber etwas für andere tust bevor du etwas gutes für dich tust und was ich hier auch interessant und auch entscheidend finde ist dass es hier von vier der münzen auf sechs der münzen geht und insofern sind hier die fünf der münzen in dieser in diesem etappen denken hier eben genau das worum ist bei dir hier scheinbar auch in sachen liebe und beziehungen geht und bei fünf der münzen geht es immer um eine recht krisenreiche zeit wo es eben auch ganz schön holprig zugehen kann und da hatte ich auch gerade letzte woche in der weekview gesagt die auch sich übrigens in diese woche hinein zieht dass immer wenn wir in den nächsten gang rein schalten also jetzt so ganz sinngemäß gesprochen dass es da eben häufig eben dazu kommen kann dass es noch mal holprig wird dass es einfach noch mal wie so eine art ruckelt ja und das nehme ich hier auch so war bei dir dass eigentlich der erfolg in sachen ausgleich in sachen liebe sexualität aber auch zuneigung hier sozusagen auch in dein leben kommen möchte aber du jetzt hier sozusagen in dieser phase dich befindest wo du jetzt eben in den neuen und höheren gang schaltest wo es eben auch ein bisschen rucklich sein könnte und hier einfach noch mal der hinweis für dich lieber steinbock bleib hier cool und wisse dass auch diese zeit hier vorüber geht und auch da passt ja wieder sehr gut dieser spruch also wissen dass alles am ende gut wird und wenn es eben jetzt gerade nicht gut ist in sachen beziehungen und familie dann ist es eben auch nicht das ende ja und aus den karten der liebe hast du hier mit der zwölf noch die verpflichtung liegen und das ist eben auch wie gesagt eine karte aus der kategorie heilung und hier geht es für dich lieber steinbock auch darum dass du dich scheinbar von dem thema verpflichtungen hier in irgendeiner art und weise geheilt hast was auch hier wieder die vier der münzen hier auch sehr gut in deiner hauptenergie erklärt oder in deinem hauptthema erklärt vielleicht hast du gesagt du möchtest nur noch beziehungen eingehen oder ja eigentlich schon beziehungen eingehen wo du eben auch weißt dass man sich dir verpflichtet so wie du eben auch bereit bist als steinbock dich anderen zu verpflichten ja du bist ein sehr treue sehr loyales sehr erdiges zeichen was eben auch einen sehr sehr hohen stellenwert den beziehungen und auch der liebe im leben beimisst und es ist halt nur immer so eine sache mit erwartungen und deswegen bin ich nicht ein allzu großer fan davon große erwartungen in anderen menschen oder auch gerade in sachen beziehungen zu setzen weil wir eben dann auch häufig enttäuscht werden tatsächlich oder das eben zumindest vorkommen wird hin und wieder und das aber auch für leute die recht instabil sind halt einfach nichts gutes ist und insofern darfst du hier vielleicht auch einfach mal gucken wo ist denn für dich oder welche art von verpflichtungen siehst du denn in deinen liebesbeziehungen da darfst du gerne mal in deine standards und in deine dealbreaker reinschauen ob du so etwas hast also wo du sagst also wenn mir jemand fremd geht dann ist für mich keine beziehungsgrundlage mehr gegeben oder eben auch dass du sagst in einer beziehung geht man eben auch verpflichtungen ein und die sind für mich die und die und hier kannst du eben auch gerne mal mit sechs der münzen auch noch mal gucken wo ist denn hier das geben und nehmen nicht im einklang beziehungsweise wo bist du denn jetzt hier in den einklang gekommen vielleicht durch einen erkenntnisgewinn den du hier im april eben auch haben wirst was dieses thema angeht wenn du dich in einer beziehung oder in einer ehe mit jemandem befindest oder auch hier in sachen liebe gerade auf die menschen in deiner familie schaust dann ist es hier vielleicht auch so dass du aus einem haushalt kommst wo es eben auch einfach verpflichtungen gibt wenn man sich jemand anderem hingibt und das finde ich auch sehr schön wenn man da auch werte für sich hat nur solltest du diese eben auch hier noch mal hinterfragen und dir auch unbedingt bewusst machen und auch einfach mal gucken lieber steinbock ob das noch mit dem einher geht oder übereinstimmt mit dem mensch der den der du jetzt eben auch geworden bist durch diesen starken transformativen prozess von 2023 in das jahr 2024 denn du hast hier natürlich auch mit sechs der münzen hier eine erfolgskarte liegen die dir eben auch prophezeit dass hier dinge in den einklang kommen werden und wenn du hier eben wie gesagt das thema verpflichtungen für dich noch mal genauer betrachtest und eben dann auch noch mal für dich neue werte hier festlegst ja sehr interessant in sachen freizeitaktivitäten hobbys und was deinen freundes und bekanntes kreis bekannten kreis angeht sehe ich hier lieber steinbock dass es dir hier richtig gut geht ja also im april wirst du hier scheinbar viel auf festlichkeiten sein es wird sehr emotional gefühlvoll für dich werden und vor allem das allerschönste ist dass du dir deine freizeit so kreierst dass du wirklich glücklich bist weil ich sage mal mehr wie zehn der kelche geht einfach gar nicht ja das ist in sachen emotionen und herzensangelegenheiten halt einfach eine fülle karte schlechthin also du bist hier scheinbar auch sehr erfüllt in dem was du für dich tust und in den menschen mit denen du dich hier umgibst vielleicht hast du ja auch vor kurzem erst aussortiert und also deine freunde aussortiert deine bekannten oder auch die menschen mit denen du dich viel beschäftigst und du sagst dir ganz einfach ich möchte hier menschen die respektvoll und liebevoll mit mir umgehen so wie du eben auch nach außen agierst und insofern gibt es jetzt hier gerade überhaupt keine schönere karte als die zehn der kelche was deine freizeit und hobby aktivitäten betrifft und wenn du hier wirklich auch genau auf ein hobby schaust dann ist es auf jeden fall eine sache die du hier wieder in dir entdeckt hast weil du das vielleicht aus kindheitstagen einfach vergraben hast oder eben vielleicht auch gar keine zeit dafür hattest dass du jetzt sagst hier im april 2024 werde ich das feld hier neu bestücken ich möchte hier auf jeden fall meine freizeit so verbringen dass es mir wirklich am besten nur gut geht dass ich nur fülle erfahre dass ich nur positive und schöne momente erlebe und genau so sollten wir eigentlich alle denken und da darfst du dich lieber steinbock hier auf eine wirklich sehr sehr schöne zeit im april freuen die du hier eben außerhalb deiner arbeit mit deinen bekannten und freunden hier eben auch oder mit deinen hobbys hier verbringen wirst also das erfüllt dich einfach auch als person ja dann hier zu deinem berufsleben und zu deinen finanzen hier hast du mit der grausamkeit mit neun der schwerter hier die aussage getroffen dass der april für dich vielleicht in irgendeiner in ihr einem aspekt hier ein bisschen schwierig werden wird dass du hier vielleicht ein thema auf dem tisch hast was dir die ein oder andere schlaflose nachtrauben wird du weißt ich bin super ehrlich was das deuten der karten betrifft und insofern mit neun der schwerter kann es eben auch sehr gut sein dass du vielleicht auch sehr unzufrieden bist mit deinem momentan beruflichen verlauf oder da wo du eben gerade vielleicht auch arbeitest es ist ja auch gut möglich dass du momentan gar nicht arbeitest und vielleicht hier auch arbeitssuchend bist oder eben auch aus einer stelle heraus gerade damit beschäftigt bist etwas anderes zu suchen ich sehe aber auch dass du sehr viel eigenverantwortung hier auch in sachen finanzen und beruf auch für dich übernimmst und ich dir hier aber auch unbedingt sagen sollte dass es vielleicht hier ganz angebracht wäre wenn du nicht so sehr dir das aufbürdest ja sondern dass du eben auch versuchst falls du eben einen nicht so tollen berufsleben gerade ausgesetzt bist dass du eben guckst dass du wenigstens in deiner freizeit am wochenende oder eben auch in deinen hobbys eben schaust dass du dir hier eine gute energie in dein haus holst dass du hier schaust dass du dich positiv ausrichtest damit hier diese negative energie die ich hier in diesem aspekt hier gerade für dich im april sehe das hier wieder ins gleichgewicht bringt es ist ja auch gut möglich dass hier auch ein spezieller mensch oder auch mehrere menschen die du freunde nennst hier vielleicht auch einen wichtigen hinweis noch für dich im april haben werden damit du eben hier aus dieser mangel energie aus dieser starken bürde die ich hier auch bei dir wahrnehme hier die du dir auferlegt hast dass du da raus kommst ja vielleicht macht hier jemanden vorschlagen sagt bewerb dich doch mal bei uns oder angenommen du bist selbstständig und du hast irgendwie bis im dienstleistungsgewerbe aktiv und irgendeinen freund oder bekannter von dir oder durch irgendwelche hobby und freizeit aktivitäten kommst du an menschen oder an umstände die hier eben auch fülle versprechen wo du eben dann vielleicht auch den ausgleich hier wieder für dich finden kannst aber auch hier ist eben die vier der münzen energie maßgeblich das heißt auch hier ist es derzeit scheinbar sehr wichtig für dich lieber steinbock dass du irgendetwas loslässt ja und wenn es vielleicht auch einfach deine falsche oder negative grundeinstellung angeht was du denn hier vielleicht auch begründet oder auch unbegründet in sachen liebe und finanzen momentan hast ja für einige kann es hier auch gut sein dass du irgendeine größere ausgabe betätigen musst im april womit du halt einfach nicht gerechnet hast und dass das ziemlich spontan eben dann auch in dein leben kommt und du deswegen dann erst mal wieder gucken musst wie wie kann ich das zum beispiel finanzieren bezahlen oder 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 ja aber wie gesagt im großen und ganzen hast du hier sehr sehr schöne karten liegen die dir eben auch noch mal den hinweis geben möchten wisse dass du hier nicht am ende bist wenn es keine gute energie für dich darstellt sondern dass es immer erstes ende ist wenn eben alles gut wird ja okay dann eine botschaft für dich was darfst du lieber steinbock hier im april für dich wissen positiver negativer aspekt des herrschers also hier ist es so dass hier scheinbar ein mensch auf die schaut und entweder hast du diesen mensch diesen rang zugeordnet also dass du hier auf jemanden aufblickst das bedeutet das könnte eine autoritätsperson sein das kann aber natürlich hier auch dein partner sein oder eben auch dein herzens mensch der hier sich jetzt für dich ins blatt legt und sagt es ist wichtig für dich lieber steinbock dass du im april für dich verstehst dass du sozusagen der schöpfer und die schöpferin deines lebens bist und dass du die person bist die dinge entscheidet ob hier etwas gut oder schlecht läuft und wo du deine energie und vor allem auch in welchem maße eben ausrichtest ja und der der herrscher sagt hier aber auch dass hier jemand auch ein sehr starkes interesse an dir hat dich eben auch hier näher kennenzulernen vor allem gilt es jetzt eben auch wenn du hier als single zusiehst und es ist jetzt auch egal wenn du hier als man zusiehst dann kann das hier natürlich auch die herrscherin sein also eben in einem anderen geschlecht sich darstellen und das ist für dich eben ein sehr sehr wichtiges thema worum es für dich eben auch scheinbar viel auch in sachen liebe geht du möchtest ja hier auch wieder zum erfolg kommen du möchtest dass deine beziehung die aktuell läuft dass die wieder positiver ist du möchtest dass wenn du single bist hier eben endlich ein mensch für dich ins leben kommt und das sagst du hier auch ganz klar der eben auch auf augenhöhe mit dir agieren kann also jemand der einfach ja aus dem gleichen wie sagt man denn da der eben aus dem gleichen bla 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 gestrickt ist wie du ja also dass man sich hier eben auch wie gesagt das wasser reichen kann das ist hier die botschaft die hier noch an dich raus soll und ja also hier darfst du dich auf jeden fall mal freuen wie es für dich in sachen liebe hier auch weiter geht wenn sich jetzt hier durch diese botschaft vielleicht dein partner oder deine partnerin angekündigt hat mit der du schon in einer familie lebst dann sehe ich hier dass es hier aber für euch beide auch um das thema verpflichtungen geht und dass sich hier auch jemand vielleicht auch ein bisschen von dir distanziert hat sich hier von dir wegdreht weil du eben vielleicht auch zu viele verpflichtungen in sachen liebe für dich festgelegt hast aber die liebe ist etwas freies die die eben jetzt nicht unbedingt irgendwelchen pflicht verpflichtungen nachkommen möchte ja sondern eben lieber frei und liebevoll agiert ok deine energie beziehungsweise deine grundeinstellung ist am ist im april mit dem mond eben schon auf jeden fall eine hammer aussage lieber steinberg denn du sagst hier auf jeden fall dass es sehr gut sein kann dass du dich psychisch und auch seelisch momentan ein bisschen überlastet fühlst ja dass du vielleicht auch sehr dünnhäutig bist im april also viele dinge sehr positiv oder auch negativ auf dich beziehst ja und das solltest du hier aber unbedingt nicht tun du solltest hier auch eine gewisse distanz zu all den themen die sich bei dir in deinem leben abspielen auch gewahren oder bewahren und dir nicht immer alles so arg zum herzen zu herzen nehmen ja weil du bist ja auch ein sternzeichen was sehr stark nach harmonie und schönen freudigen erlebnissen strebt und wenn es aber jetzt gerade in deinem leben so ist dass es hier eben bereiche gibt wo das nicht für dich gerade aktuell der fall ist dann ist es hier umso wichtiger dass du hier eben in dieser positiven grundhaltung bleibst und dir immer wieder vielleicht auch diese affirmation vor augen führst das es es solange es nicht gut ist einfach nicht das ende ist ja und dass sich dinge eben immer weiterentwickeln und alles eigentlich auch immer ein prozess darstellt ja gleichzeitig ist die mondin oder die luna energie eben ja auch auf jeden fall eine weibliche energie und es geht bei dem mond nicht nur um die psyche und darum dass es eben auch hier sein kann dass du hier dich vielleicht auch gestresst fühlst oder auch so ja vielleicht auch gerade in sachen job auch so das gefühl hast du bist kurz vor einem burnout ja sondern dass es hier auch um das thema annahme für dich geht also genau das was du hier eigentlich so festhält was auch immer das hier für dich ist was vielleicht auch eine auswirkung auf jeden lebensbereich in deinem leben hat ja hier solltest du mal schauen welche energien die du selbst aktiv nicht verändern kannst könntest du denn hier mit einer annahme eben in die harmonie und in den frieden bringen weil in dem moment wo du loslässt wo du aufhörst zu kämpfen wo du aufhörst in die in diesen widerstand zu gehen sondern in die annahme zu gehen in diese luna energie in dem moment wirst du sehen dass sich dein leben eben wie magisch verändern wird weil es eben einfach eine sache der resonanz ist ja und solange du im widerstand bist bekommst du immer mehr wonach du in den widerstand gehen könntest aber wenn du jetzt in die annahme gehst dann wirst du sehen dann wird dir das leben auch wieder abliefern können dann hast du nämlich auch mal wieder die hände frei um auch neues zu empfangen okay gut lieber steinbock ich bin am ende dieser legung ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen schreib mir wie gesagt gerne mal in die kommentare wie du dieses neue legeschema findest und ob du denn vielleicht lieber hättest dass ich wieder das große blatt lege es würde mich sehr freuen wenn du dich da aktiv dran beteiligst ich wünsche dir einen wunderschönen april